Grüß euch! Schön, dass du da bist. Ihr seid jetzt bei mir in Lindach, direkt an der Autobahnabfahrt in Laakirchen-Ost. Mein Name ist Herbert. Ich bin seit 30 Jahren bei uns in der Firma zuständig für den Verkauf. Speziell für Verkaufsmobile, Verkaufsanhänger, den ganzen mobilen Verkauf, Marktstandanhänger, Eventanhänger. Da haben wir wirklich immer viele Modelle bei uns ausgestellt. Ihr könnt mich jederzeit besuchen. Ich darf mich freuen und ich finde sicher die passende Lösung für euch. Bis bald mal bei mir. Tschüss!